In der Wohnung im Haus gegenüber lebt eine Frau ganz allein welchen Tag sieht sie kaum einen Menschen nur dann und wann kauft sie ein dabei sorgt sie auch noch für die Nachbarn denn auch ist ein einsamer Mann und er braucht ihre Hilfe zum Leben weil er nicht aus dem Haus gehen kann sie sind alt, doch sie leben und man darf sie nicht vergessen diese alten Leute ja, es gibt so viele und sie fühlen genauso wie du und ich sie sind alt, doch sie leben und sind auch mal jung gewesen diese alten Leute die am besten wissen, dass er gut und ich mag so werden wie sie denn auf Jugend gibt es keine Garantie manchmal sehe ich die Frau an der Kreuzung ängstlich und arm sieht sie aus da nehm ich ihre Hand und ihr Körbchen und geh mit ihr bis nach Haus dann erzählt sie von Kindern und Enkeln die so weit in der Welt draußen sind und ich trag ihr den Korb in die Wohnung und sie weint und sagt danke mein Kind sie sind alt, doch sie leben und man darf sie nicht vergessen diese alten Leute ja, es gibt so viele und sie fühlen genauso wie du und ich sie sind alt, doch sie leben und sind auch mal jung gewesen diese alten Leute die am besten wissen, dass er gut und ich mag so werden wie sie denn auf Jugend gibt es keine Garantie denn auf Jugend gibt es keine Garantie Bis zum nächsten Mal.